Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, erklärte am Donnerstag, dass Russland einen Teil seiner Truppen, einschließlich Infanterieeinheiten, aus der Ukraine abgezogen und nach Kursk verlegt habe. Die Vereinigten Staaten wüsten jedoch nicht genau, wie viele russische Soldaten von der Ostukraine nach Kursk verlegt worden seien. Ein amerikanischer Beamter, der anonym bleiben wollte, sagte jedoch, dass es nicht den Anschein habe, dass Russland eine ausreichende Anzahl gepanzerter Bataillone oder andere Arten von Kampfkraft von der Frontlinie in der Ukraine in Richtung Kursk verlegt habe und dass Moskau wahrscheinlich mehr Truppen verlegen müsse, um die ukrainischen Streitkräfte dort zurückzudrängen. Früher am Donnerstag erklärte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, dass die Truppen seines Landes die vollständige Kontrolle über Sucher übernommen hätten, die größte russische Stadt, die seit Beginn ihres grenzüberschreitenden Vorstoßes vor über einer Woche in die Hände ukrainischer Streitkräfte gefallen ist. Obwohl Sucher vor dem Krieg nur etwa 5000 Einwohner hatte, ist die Stadt das Verwaltungszentrum für das Grenzgebiet der russischen Region Kursk und größer als jede andere Stadt oder Siedlung, die die Ukraine seit Beginn des Vorstoßes am 6. August eingenommen hat. Zelensky sagte, die Ukraine richte ein militärisches Kommandozentrum in Sucher ein, was darauf hindeutet, dass die Ukraine plant, in der Region Kursk für längere Zeit zu bleiben, oder Moskau einfach signalisieren möchte, dass sie dazu in der Lage ist. Er führte nicht weiter aus, welche Funktionen dieses Kommandozentrum erfüllen könnte, sagte jedoch Anfang der Woche, dass die Ukraine humanitäre Hilfe für die Einwohner von Sucher bereitstellen werde. Russland reagierte nicht sofort auf Zelenskys Behauptungen, aber das russische Verteidigungsministerium erklärte früher am Donnerstag, dass russische Streitkräfte ukrainische Versuche, weitere Siedlungen einzunehmen, abgewehrt hätten. Der überraschende ukrainische Vorstoß hat den Verlauf des Krieges verändert und Chaos in der Region Kursk ausgelöst, was zur Evakuierung von mehr als 120.000 Zivilisten führte, so die russischen Behörden, und zur Gefangennahme von mindestens 100 russischen Soldaten, wie Kiew berichtet.